Mit der Bitbox 02 kannst du deine Kryptowährung optimal schützen. Richte dir einfach, unkompliziert und sicher deine Hardware-Wallet ein und spare 5% auf deine Bestellung mit dem Code JTRADING. Ich würde mir ein Homegym bauen für 4.000 Euro, aber mir tut mein Herz weh, wenn ich daran denke. Das ist so ein riesen Problem. Ich habe das auch aktuell, bin ich ja halt auch gerade dran, nochmal eine Immobilie zu kaufen. Und ich würde es halt gerne so machen, damit nicht alles 100% auf Kredit ist, dass ich da auch, weil aktuell mit gestiegenen Zinsen ist es ja ordentlich, was du deinen Zinsen zahlst, dass ich da gegebenenfalls auch ein bisschen höhere Anzahlungen machen kann. Und das, was ich halt gerade auf dem Konto liegen habe, es juckt so hart. Es juckt so hart, das einfach in den Kryptomarkt zu schmeißen. Ich muss mich so extrem zusammenreißen. Oder dass man auch mal wirklich sagt, das Geld, das gibst du dann halt mal für neue Möbel und sowas aus. Und das fühlt sich einfach falsch an. Es fühlt sich falsch an, weil es gehört eigentlich in den Bitcoin, so ungefähr. Das ist auch mein Problem tatsächlich. Also da fühle ich dich sehr. Ja. Oder generell. Wenn du dir irgendwas gönnst, wenn du mal irgendwas kaufst, ja, die 300 Euro, die hättest du jetzt auch in Bitcoin stecken können oder in Krypto. Das ist eine schwierige Sache, aber da muss man sich leider dann mal zusammenreißen und von verabschieden. Aber mir juckt das auch gerade richtig extrem, weil ich habe noch nie so viel Cashreserven wie gerade gehabt, weil ich genau aufgrund dessen, falls es mit der Immobilie klappt, da ist ja noch keine Unterschrift drunter. Aber, ähm, ja. Dafür, da spare ich halt. Also legt ihn deutlich mehr zurück, als ich sonst zurückgelegt habe. Und das juckt so extrem in den Fingern, das einfach reinzuschmeißen. Aber ja. Wer weiß, wozu es gut ist. Ich reiß mich zusammen. Ähm, denkst du, VET und VTHO gehen noch weiter runter zum Einkaufen? Ja. Ja, also wenn der gesamte Kryptomarkt mitgerissen wird, natürlich. Aber an sich, äh, viel glaube ich auch nicht mehr, weil, äh, VET und VTHO jetzt, wie sie sich jetzt auch in Coinbase-Listing bekommen haben. Äh, das hat jetzt, weil die Nachfrage ja, weil jeder eigentlich, wie Chang Kent, jetzt nicht unbedingt nach oben geschmissen. Aber, äh, per se ist VET gerade im Kaufpreis. Bereich und der ist ganz schön hardcore abverkauft worden. Also, wenn der wirklich noch unter einen Cent geht, so extrem, glaube ich das nicht. Und, mein Gott, ob du jetzt hier oder da gekauft hast, so, ne, das macht halt einfach keinen Unterschied. Also, ja. Ich meine, ich warte, ich halte ja aktuell Cashreserven zurück. Und da ist es auch so ein Ding. Sollte das nochmal richtig scheppern, dann schmeiße ich es halt doch rein. Aber, ja, das hält mich gerade so ein bisschen natürlich ab vom Kaufen. Und, generell, ja. Ich meine, die stehen ja besser da, als immer noch vorher, ne? Also, wenn du bedenkst, wo VTO zum Beispiel gelandet ist, auch im Juni noch oder auch hier im September, die stehen ja immer noch deutlich über den gemachten Lows. Und daher ist das ja keine verkehrte Performance. Aber auch jetzt. Also, wir erwarten ja bei V-Chain, ähm, ebenfalls eine Performance von bestimmt 2.000% bis nach oben. Ja, dürfte sogar deutlich mehr sein vom jetzigen Punkt aus. Ja, 2.500 bis 3.500%, ne? Und ob ich jetzt 3.000% mache oder 3.200%, das ist mir dann eigentlich relativ egal. Von daher, ja. Wenn es halt noch wirklich nochmal scheppert in den Märkten, Bitcoin runterzieht, wird auch V-Chain nochmal ein bisschen fallen. Aber sonderlich viel glaube ich nicht, dass die noch fallen. Weil die mit Partnerschaften und weiteren und mit dem Coinbase-Listing etc. jetzt echt richtig, richtig Gas gegeben haben. Also, ich gebe zurzeit fast kein Geld aus. Konsum reduzieren und investieren. Ja, man muss aber auch vergessen, also, man darf auch nicht vergessen, dass man auch leben muss. Also, man muss sich auch mal einen geilen Urlaub gönnen und auch mal 200 Euro versaufen. Das ist einfach so. Es nervt halt auch jedes Mal, weil, klar, im Hintergrund sagst du immer, ey, das Geld hat auch in Bitcoin fließen können. Aber, ach, du musst auch leben. Also, du musst auch mal ein bisschen was rauslassen. Bringt ja auch nichts, wenn du 100 Bitcoins in der Wallet hast oder so, wenn du morgen vom Bus überrollt wirst. Der Leichenwagen kommt ohne Anhänger.